Musik Kinder und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm Der Froschkönig oder Der eiserne Heinrich In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön. Aber die Jüngste war so schön, dass die Sonne selber, die doch so vieles gesehen hat, sich verwunderte, so oft sie ihr ins Gesicht schien. Nahe bei dem Schlosse des Königs lag ein großer dunkler Wald, und in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen. Wenn nun der Tag sehr heiß war, so ging das Königskind hinaus in den Wald und setzte sich an den Rand des kühlen Brunnens. Und wenn sie Langeweile hatte, so nahm sie eine goldene Kugel, warf sie in die Höhe und fing sie wieder, und das war ihr liebstes Spielwerk. Nun trug es sich einmal zu, dass die goldene Kugel der Königstochter nicht in ihr Händchen fiel, das sie in die Höhe gehalten hatte, sondern vorbei auf die Erde schlug und geradezu ins Wasser hineinrollte. Die Königstochter folgte ihr mit den Augen nach, aber die Kugel verschwand, und der Brunnen war so tief, so tief, dass man keinen Grund sah. Da fing sie an zu weinen, und weinte immer lauter und konnte sich gar nicht trösten, und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu. Was hast du vor, Königstochter, Quark? Du schreist ja, dass ich ein Stein erbarmen möchte. Sie sah sich um, woher die Stimme käme. Da erblickte sie einen Frosch, der seinen dicken, häßlichen Kopf aus dem Wasser streckte. Ach, du bist alter Wasserpatscher, sagte sie. Ich weine über meine goldene Kugel, die mir im Boden hinabgefallen ist. Sei still und weine nicht, Quark, antwortete der Frosch. Ich kann wohl Ratschaffen, Quark. Aber was gibst du mir, wenn ich dein Spielwerk wieder heraushole? Was du haben willst, lieber Frosch, sagte sie. Meine Kleider, meine Perlen und Edelsteine, auch noch die goldene Krone, die ich trage. Der Frosch antwortete. Deine Kleider, deine Perlen, deine Edelsteine und deine goldene Krone, Quark, die mag ich nicht. Aber wenn du mich liebhaben willst und ich soll dein Quark, Geselle und Spielkamerad sein, an deinem Tischlein neben dir sitzen, Quark, von deinem goldenen Tellerlein essen, aus deinem Becherlein trinken, in deinem Bettlein schlafen, Quark. Wenn du mir das versprichst, so will ich hinuntersteigen und dir die goldene Kugel wieder herausrollen, Quark, Quark. Ach, ja, sagte sie. Ich verspreche dir alles, was du willst, wenn du mir nur die Kugel wiederbringst. Sie dachte aber, was der einfältige Frosch schwätzt, der sitzt im Wasser bei seinesgleichen und quarkt und kann keines Menschen Geselle sein. Der Frosch, als er die Zusage erhalten hatte, tauchte seinen Kopf unter, sank hinab und über ein Weilchen kam er wieder heraufgerudert, hatte die Kugel im Maul und warf sie ins Gras. Die Königstochter war voll Freude, als sie ihr schönes Spielwerk wieder erblickte, hob es auf und sprang damit fort. Warte, warte, Quark, rief der Frosch. Nimm mich mit, ich kann nicht so laufen wie du. Aber was half ihm, dass er ihr sein Quark, Quark so laut nachschrie, als er konnte? Sie hörte nicht darauf, eilte nach Haus und hatte bald den armen Frosch vergessen, der wieder in seinen Brunnen hinabsteigen musste. Am anderen Tage, als sie mit dem König und allen Hofleuten sich zur Tafel gesetzt hatte und von ihrem goldenen Tellerlein aß, da kam Plitsch, Platsch, Plitsch, Platsch etwas die Marmortreppe heraufgekrochen. Und als es oben angelangt war, klopfte es an der Tür und rief, »Königstochter, Quark, Jüngste, mach mir auf!« Sie lief und wollte sehen, wer draußen wäre, als sie aber aufmachte, so saß der Frosch davor. Da warf sie die Tür hastig zu, setzte sich wieder an den Tisch und war ihr ganz Angst. Der König sah wohl, dass ihr das Herz gewaltig klopfte und sprach, »Mein Kind, was fürchtest du dich? Steht etwa ein Riese vor der Tür und will dich holen? Ach nein, äh, antwortete sie, es ist kein Riese, sondern ein garstiger Frosch. Was will der Frosch von dir? Ach, lieber Vater, als ich gestern im Walde bei dem Brunnen saß und spielte, da fiel meine goldene Kugel ins Wasser und weil ich so weinte, hat sie der Frosch wieder heraufgeholt. Und weil er es durchaus verlangte, so versprach ich ihm, er sollte mein Geselle werden. Ich dachte aber nimmermehr, dass er aus seinem Wasser heraus könnte, nun ist er draußen und will zu mir herein. In dem klopfte es zum zweiten Mal und rief, »Königstochter, Jüngste, Quark, mach mir auf. Weißt du nicht, was du gestern zu mir gesagt bei dem Kühlbronnwasser, Quark? Königstochter, Quark, Jüngste, mach mir auf.« Da sagte der König, »Was du versprochen hast, das Mund. Du musst du auch halten. Geh nur und mach ihm auf.« Sie ging und öffnete die Tür. Da hüpfte der Frosch herein, ihr immer auf dem Fuße nach bis zu ihrem Stuhl. Da saß er und rief, »Heb mich herauf zu dir, Quark.« Sie zauderte, bis es endlich der König befahl. Als der Frosch erst auf dem Stuhl war, wollte er auf den Tisch. Und als er da saß, sprach er, »Nun schieb mir dein goldes Tellerlein her, Quark, damit wir zusammen essen.« Das tat sie zwar, aber man sah wohl, dass sie es nicht gerne tat. Der Frosch ließ es sich gut schmecken, aber ihr blieb fast jedes Bisslein im Halse. Endlich sprach er, »Ich habe mich satt gegessen, Quark, und ich bin müde, Quark. Nun trag mich in dein Kämmerlein und mach dein sein Bettlein zurecht, da wollen wir uns schlafen liegen, Quark.« Die Königstochter fing an zu weinen und fürchtete sich vor dem kalten Frosch, den sie nicht anzurühren getraute und der nun in ihrem schönen, reinen Bettlein schlafen sollte. Der König aber war zornig und sprach, »Wer dir geholfen hat, als du in der Not warst, den sollst du hernach nicht verachten.« Da packte sie ihn mit zwei Fingern, trug ihn hinauf und setzte ihn in eine Ecke. Als sie aber im Bette lag, kam er gekrochen und sprach, »Ich bin müde, ich will schlafen, so gut wie du, Quark. Heb mich hinauf, oder ich sag's deinem Vater, Quark.« Da war sie erst bitterböse, holte ihn herauf und warf ihn aus allen Kräften wieder die Wand. »Nun wirst du deine Ruhe haben, du garstiger Frosch!« Als er aber herabfiel, war er kein Frosch, sondern ein Königssohn mit schönen, freundlichen Augen. Der war nun nach ihres Vaters Willen ihr lieber Geselle und Gemahl. Da erzählte er ihr, er wäre von einer bösen Hexe verwünscht worden und niemand hätte ihn aus dem Brunnen erlösen können, als sie allein, und morgen wollten sie zusammen in sein Reich gehen. Dann schliefen sie ein. Und am anderen Morgen, als die Sonne sie aufheckte, kam ein Wagen herangefahren, mit acht weißen Pferden bespannt, die hatten weiße Straußfedern auf dem Kopf und gingen in goldenen Ketten. Und hinten stand der Diener des jungen Königs. Das war der treue Heinrich. Der treue Heinrich hatte sich so betrübt, als sein Herr war in einen Frosch verwandelt worden, dass er drei eiserne Bande hatte um sein Herz legen lassen, damit es ihm nicht vor Weh und Traurigkeit zerspringe. Der Wagen aber sollte den jungen König in sein Reich abholen. Der treue Heinrich hob beide hinein, stellte sich wieder hinten auf und war voller Freude über die Erlösung. Und als sie ein Stück Weges gefahren waren, hörte der Königssohn, dass es hinter ihm krachte, als wäre etwas zerbrochen. Da drehte er sich um und rief, »Heinrich, der Wagen bricht!« »Nein, Herr, der Wagen nicht! Es ist ein Band von meinem Herzen, das da lag in großen Schmerzen, als ihr in dem Brunnen saßt, als ihr ein Frosch wart.« Doch einmal und noch einmal krachte es auf dem Wege, und der Königssohn meinte immer, »Der Wagen bräche!« Und es waren doch nur die Bande, die vom Herzen des treuen Heinrich absprangen, weil sein Herr erlöst und glücklich war. » 최�데« »Das ist ein Handvoll. Untertitelung. BR 2018